Guten Tag Kameraden, mein Name ist Marcel und letzte Woche war die Animagic in Mannheim. Dort hatte ich einen Stand, zusammen mit meinem kleinen Bruder Thomas, meinem Story-Schreiber Tobias und meinem besten Kumpel Dominik. Und wie es dazu ging, ja, das seht ihr jetzt. Film ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gott, verdammt, was für ein langweiliges Video, ey. Hab ich hier noch, hab ich hier noch irgendwo die, hab ich noch irgendwie die Fernbediener, ah, geht doch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017